Liebe Bekannte und Freunde und Spender in Deutschland, das sind hier vier Kinder, zwei Geschwister, die Karolin und der Toni und ihre Nachbarn. Das sind Teil der Kinder, die etwa 20 oder 30 sind, die jeden Dienstag zur Bibelstunde herkommen aus Bethlehem, Bejala und Bezahor. Ja, aber heute gibt es Streik in den palästinensischen Gebieten und deshalb sind nur diese vier Kinder gekommen, weil sie hier in der Nähe von der Alham al-Katholiki, das ist ein Club der Kirche, dann weil sie hier wohnen. Aber schon diese zwei Kinder haben ein großes Problem, weil sie hier mit ihrer Mama, aber ihr Papa befindet sich in Gaza und er darf nicht nach Bethlehem kommen. Und wenn die Frau und Kinder zu ihm nach Gaza fahren, dann dürfen sie nicht mehr nach Bethlehem zurück. Das ist ein großes Problem, ein großes Drama von vielen palästinensischen Familien. Ich danke Ihnen allen und im Besonderen Gruß an unsere Lieben, Monika, Bruno, Kirsten und auch unsere Spender vom Sternensinger und auch vom Verein vom Heiligen Land. Danke für alles. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020